Ich habe hier gerade eine Frage unter einem meiner Videos entdeckt und zwar, ob mir während meiner Derealisation bekannte Orte auch unbekannt vorkamen oder ob ich da weiterhin einen normalen Bezug zu hatte. Und das war tatsächlich eine Sache, die für mich am Anfang sehr, sehr schwierig war und mich auch sehr belastet hat. Ich kann mich erinnern, als ich damals aus dem Krankenhaus kam, wo ich eigentlich wegen meinem Tinnitus war und wegen meiner Insomnie, weil ich seit einigen Monaten, ihr kennt das vielleicht aus einem anderen Video, was ich mal dazu gemacht habe, sehr schlecht geschlafen habe. Ich habe ja dort im Krankenhaus meine Derealisation überhaupt erst bekommen, durch verschiedene Dinge, die da passiert sind. Und steckte dann quasi voll drin, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und ich kann mich erinnern, als ich aus dem Krankenhaus rauskam, was mir sowieso fremd vorkam, kam mir auch die Umgebung fremd vor. Und ich hatte gehofft, irgendwie hatte ich gehofft, dass ich, wenn ich wieder nach Hause komme, dass meine Wohnung mir bekannt vorkommt. Weil meine Wohnung für mich immer so eine Art Safe Spot war. Das war immer so ein sicherer Hafen für mich. Meine Basis, wo ich mich wohl gefühlt habe. Von der aus ich so agiert habe. Und in die ich mich zurückgezogen habe, wenn ich mal über Dinge nachgedacht habe oder Dinge für mich sortieren musste. Und ich kam dann nach Hause und die Wohnung war mir völlig fremd. Selbst die normalerweise vertrautesten Dinge, die ich darin hatte, die normalerweise einen Bezug zu meiner Vergangenheit für mich hatten, die dafür gesorgt haben, dass ich geerdet werde, sage ich jetzt einfach mal, die waren plötzlich völlig fremd für mich. Ich hatte keinen emotionalen Bezug mehr dazu. Und ich habe diese, ja diese, wie soll ich sagen, diese Sicherheit, die ich dadurch immer gewonnen habe, die hatte ich plötzlich nicht mehr. Ich war also ganz weit weg von den Dingen aus meiner Vergangenheit, die mir geholfen haben. War ganz weit weg von den Dingen in meiner Wohnung, die mir da normalerweise helfen. Und hatte eine absolute emotionale und in der Wahrnehmung vorhandene Distanz zu all diesen Dingen. Und ich kann mich erinnern, das war, es war schon dunkel, es war an einem Abend. Und ich kam, ich habe mich damals aus dem Krankenhaus abholen lassen und ging in meine Wohnung. Und ich bin wirklich, weil ich eben diese Hoffnung hatte, dass es sich dort vertraut anfühlt und das nicht passiert ist, bin ich dort wirklich erstmal zusammengebrochen und saß da im Grunde unter Tränen erstmal eine halbe Ewigkeit auf meinem Fußboden. Bis ich mir dann überlegt habe, dass das überhaupt nicht hilft, was ich da jetzt gerade mache. Und mich dazu entschieden habe und beschlossen habe, dass das jetzt erstmal genug Emotionen rauslassen war. Und gesagt habe, okay, dann mache ich mir jetzt einen Plan. Ich bin dann meistens auch sehr lösungsorientiert bei solchen Dingen und weiß, dass es mir nichts bringt, mich jetzt darüber zu ärgern oder darüber aufzuregen oder darüber traurig zu sein oder gar selbst Mitleid zu haben. Oder am besten noch irgendjemand anderen mit reinzuziehen und demjenigen mein Leid zu klagen und dann auch noch denjenigen da emotional zu kompromittieren und mit reinzuziehen, dass der sich auch noch Sorgen macht oder sowas. Und ja, am Anfang habe ich das tatsächlich gemacht, als es mir schlecht ging. Da habe ich, also ich weiß noch, was meine Mutter ertragen musste damals, weil es mir so schlecht ging, weil ich einfach dieses Jammern so ausgelagert habe und so mitgeteilt habe, wie schlecht es mir geht. Und im Nachhinein war das überhaupt nicht hilfreich. Aber ich habe zum Glück irgendwann gelernt, dass das keinen Sinn macht und dass ich das anders handhaben sollte. Es ist zwar in Ordnung, so über Gefühle zu sprechen und über Sorgen und sowas, aber da gibt es ein gesundes Maß, ein sinnvolles Maß und es gibt ein Maß, das ist drüber. Und das ist dann, das sorgt dann für einen Abwärtsstrudel, ne? Weil man dann auch in diese Selbstmitleid kommt und auch andere mit reinzieht. Und dann kommt die Hilflosigkeit der anderen Personen noch dazu und dann zieht man sich gegenseitig runter. Und ihr kennt das wahrscheinlich oder viele von euch kennen wahrscheinlich diese Dinge, die dann so passieren. Auf jeden Fall habe ich dann damals beschlossen, dass ich das wieder ändern möchte. Und das habe ich für mich den Plan gefasst, ich möchte diese Wohnung wieder zu einem sicheren Hafen für mich machen. Ich möchte die wieder zu einer Art, ich habe immer gesagt, einen Safe-Spot machen sozusagen, so ein Hauptquartier im Grunde. Und habe dann viel Zeit darin investiert, wieder Verknüpfungen zu meiner Basis, zu meiner Vergangenheit zu finden. Die sich ja auch sehr weit weg angefühlt hat und sehr unreal, ne? Weil man hat ja dann, das kennt ihr vielleicht, man hat ja dann auch zu seiner Vergangenheit keinen Bezug. Und das kommt einem so fremd vor, als ob das einem vielleicht gar nicht selbst passiert ist, ja? Und das wirkt alles so ein bisschen, als ob man nicht weiß, ob man das geträumt hat oder einen Film geschaut hat oder ob das wirklich passiert ist. Und so habe ich mir viel Zeit genommen, um emotional für mich wieder einen Bezug dazu zu kriegen. Ich habe mich mit vielen Dingen aus meiner Vergangenheit konfrontiert und habe langsam es geschafft, über Monate, muss ich jetzt sagen. Das ist nichts, was von jetzt auf gleich passiert ist, weil viele leider die Erwartung haben, dass Dinge schnell passieren und viele auch ungeduldig sind. Und das kenne ich von mir auch von früher. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen dafür und habe mich sehr geduldig immer wieder so mit Dingen aus meiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Ich habe viele Filme geschaut, die mir in der Vergangenheit ein gutes Gefühl gegeben haben. Und bin da sehr unvoreingenommen rangegangen und habe einfach geguckt, was macht das mit mir? Also ich habe mich nicht dazu gezwungen, zum Beispiel das zu tun. Und ich muss doch jetzt das empfinden, weil ich das immer so empfunden habe, das hat nicht funktioniert. Sondern ich habe versucht, da gesund und sinnvoll in Maßen ranzugehen und unvoreingenommen ranzugehen, um da wieder so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und bin auch sehr viel spazieren gegangen, wie jetzt hier zum Beispiel Orte aus meiner Vergangenheit. Und habe versucht, da wieder so eine Connection zu meiner Vergangenheit zu kriegen und mich zurückzuerinnern, ohne dem hinterherzutrauern. Das war immer ganz wichtig für mich, dass ich dem nicht hinterherweine, weil es jetzt nicht mehr so ist, sondern einfach ganz auf eine sinnvolle Art und Weise versuche, einen Bezug dazu herzustellen. Und das war ein bisschen schwierig, weil ich auch immer so auf der Stufe war oder auf der Schwelle dazu, dass ich traurig darüber bin. Aber ich habe dann so den Weg gefunden, wie ich das nicht hinkriege, weil mir auch wiederum klar war, dass es Quatsch ist, jetzt traurig darüber zu sein, weil mir das nicht helfen wird. Und ihr wisst, wie ich bin, wenn ich merke, ah, das wird mir nicht helfen, dann mache ich es halt nicht. Weil ich weiß ja, dass ich solche Dinge zwanghaft tue und dass ich die Zwänge nur überwinden kann, indem ich es nicht mehr so tue. Und deswegen habe ich es nicht mehr so getan, sondern habe es auf die sinnvolle Art und Weise getan. Und so hat es funktioniert, dass ich mir im Laufe der Monate wieder einen Bezug zu meiner Wohnung aufbauen konnte und zu den Dingen, die dort sind und der Umgebung hier. Das ist alles sehr wichtig für mich als Bezug zu meiner Vergangenheit und gibt mir eine gewisse Stabilität. Inzwischen geht es auch ohne wahrscheinlich, aber ich finde es immer ganz gut, weil ich war ja auch mal zwischendurch auf Reisen. Der eine oder andere von euch weiß das und habe probiert, wie das da funktioniert. Und das ging erst rein und ich könnte mich auch wahrscheinlich eine ganze Weile woanders aufhalten, aber ohne, dass ich Probleme kriege oder dass es mir irgendwie schlecht geht. Aber ich bin immer wieder sehr froh, hier zu sein und immer wieder mich so daran zu erinnern und immer so wieder zu der Basis zurückzukehren, nenne ich es jetzt mal. Ich hoffe, die Kreissäge stört euch nicht allzu sehr am Hintergrund die ganze Zeit. So, also das war für mich sehr wichtig, um mir diesen Bezug wieder herzustellen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich habe es jetzt schon weggedrückt hier, aber ich glaube, die Frage war, ob ich das auch hatte, ob mir auch dieser Bezug gefehlt hat zu den mir bekannten Orten. Und das war eben meine Art und Weise, damit umzugehen. Manchmal habe ich auch zu einigen Orten einfach einen neuen Bezug herstellen können, der ein bisschen anders war als der von früher. Aber das war auch nicht schlimm, weil der sich auch gut angefühlt hat. Und ich habe ja mal ein Video gemacht, wie ich vor, ja das war 2019, wie ich einfach mal gemerkt habe, weil das hier alles funktioniert, dass ich jetzt den Schritt aus meiner Komfortzone rausgehen möchte. Und bin damals, habe ich mir gedacht, okay, was kannst du machen in einem gewissen Rahmen, den du dir absteckst. Bin ja in Deutschland damals schon nochmal an die Ostsee gefahren. Da bin ich immer ganz gerne, weil ich es mehr mag. Und das hat gut funktioniert. Und dann war der nächste Schritt halt, dass ich mich mal ins Flugzeug setze damals und nach Island fliege. Und da habe ich ein Video gemacht, das kann ich euch gerne nochmal verlinken da oben. Und beschreibe da, wie das sich für mich so verhalten hat, in relativ kurzer Zeit nach dem Ende meiner Derealisation dann doch ein paar tausend Kilometer entfernt zu sein und an einem Ort, der eigentlich an sich schon sehr unwirklich ist. Ja, weil es war wirklich, also wenn man normalerweise nur sowas kennt hier, war das dann dort schon sehr unwirklich für mich. Allerdings nicht auf die Derealisationsart und Weise, sondern, ja, ihr wärt ja in dem Video, ihr seht ja in dem Video, wie ich darauf reagiert habe, wie ich damit umgegangen bin, wie sich das geäußert hat bei mir. So, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Und ich hoffe, das gibt dem einen oder anderen auch so den Ausblick, dass sowas offensichtlich machbar ist, ja, und dass man den Bezug dazu auch wiederfindet. Ich hatte vielleicht den Vorteil, nenne ich es jetzt einfach mal, dass ich halt wirklich nie in meinem Leben weggezogen bin von hier und nicht irgendwie in eine fremde Umgebung gezogen bin mit fremden Menschen und mich da von null wieder an irgendwas gewohnt habe. Ich habe hier, gewöhnt habe, ich habe hier wirklich sehr viel Bezug zu diesen ganzen Dingen hier, weil ich halt wirklich mein ganzes Leben lang hier lebe. Und deswegen kann ich eigentlich mit allem hier irgendwas aus meiner Vergangenheit verknüpfen. Und ich denke, das war auch eine Sache, die mir dabei sehr geholfen hat. Ich weiß, dass manche Menschen eher einen Neuanfang brauchen bei vielen Dingen. Für mich ist so, das Zurückerinnern an meine Vergangenheit, das ist mir sehr wichtig. Also ich bin auch ein sehr nostalgischer Mensch. Die Leute, die meinen Patreon-Kanal abonniert haben, also mich bei Patreon unterstützen und dort die Videostufe gewählt haben, die sehen ja immer mal andere Videos, die ich so mache über mein Privatleben, sage ich jetzt einfach mal, ja. Und da ein bisschen persönlichere Einblicke teile und die wissen auch, dass ich so sehr nostalgisch bin und immer mal hier von Dingen aus der Umgebung hier berichte und sowas, ja. Soviel dazu. Schweife ich ab. Jetzt merke ich, dass ich abschweife. Und ich will noch nicht länger darüber quatschen. Ihr habt die Essenz, glaube ich, mitbekommen. Also ja, mir ging es auch so. Und ich habe meine Wege gefunden, da wieder eine Verknüpfung herzustellen, um so grounded zu sein, quasi so geerdet zu sein und wieder meine Basis hier zu haben, gefühlt und sehr nah an mir, ohne diese Distanz. Also das war für mich auch eine wichtige Sache. Ich verlinke euch mal ein anderes Video, wie ich mit meiner Derealisation in der Öffentlichkeit umgegangen bin. Weil das war immer so das, wo ich aus meiner Komfortzone raus bin. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen nochmal eine ganz sinnvolle Sache, weil das ja auch wichtig ist, die Komfortzone immer Stück für Stück zu erweitern, dass man nicht immer nur in dieser Basis hängt, sondern auch wirklich sich auch mal da rausbegibt und auch mal wieder versucht, die Komfortzone zu vergrößern und die Grenze weiter nach außen zu verschieben. Ganz wichtige Sache, um sich nicht selbst zu sehr einzuschränken. Habt noch einen schönen Tag.